ich habe euch im community tab gefragt ob ihr das project 10 pan wieder zurück haben möchtet ihr könnt solche profile immer bei so abstimmungen wieder zurückholen oder komplett abwählen also es ist immer wichtig dass du den community tab im auge behältst ihr wolltet das format zurück haben und ich zeige euch heute meine zehn produkte die ich aufbrauchen möchte hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und ich mache jetzt erst mal ein klein bisschen eigenwerbung für meinen disco channel denn da können wir uns gegenseitig ein bisschen mehr austauschen und da können wir über so sachen super cool reden das schon der ein oder andere raum entstanden und der ein oder andere von euch ist da auch schon und es ist ganz witzig miteinander sich mal ein bisschen intensiver zu unterhalten also als backpockers kommen einfach vorbei findest du unten in der infobox verlinkt mein disco channel einfach mal darauf klicken und mir ist auch wichtig an der stelle zu sagen dass natürlich keine entscheidung auf dauer das liegt jetzt an euch wenn ihr das format mögt zeigt erstens interaktion das heißt kommentare schreiben ich möchte von dir wissen ob du bei der aktion mitmachst und dir vielleicht fünf produkte rausgesucht hast die du jetzt im gleichen zeitraum auf brauchen möchtest oder ein bisschen mehr lehren möchte weil ich werde die videos in relativ kürzen zeitraum räumen machen also ob du mit mir auf brauchst und wenn dann welche fünf produkte du mit an den startbringst also unten in die kommentare schreiben und ich möchte daumen haben zeigte daumen für das format wenn ihr es gar nicht haben wollt gibt daumen nach unten natürlich nach so viel interaktion zeigen und das ist mir auch ganz wichtig denn nur so zeigt ihr mir dass jedes format haben möchte zu unterstützt ihr mich vor dem algorithmus denn dann werde ich bei anderen kanälen ausgespuckt also immer daran denken und ich würde einfach sagen ich lege los mit produkt nummer 1 ich werde so machen dass ich die produkte ab wie oder ich habe sie schon abgewogen weil man oftmals in die sachen hat auch nicht reingucken kann und es sind eben auch sachen für diesen kanal hier test welche mehrere davon habe oder sie hat einfach nicht so einfach zu händeln also sie nicht wirklich so gut funktionieren jetzt beispielsweise der haarspray der hat mikroplastik und das wird der letzte in der form sein da habe ich immer noch keinen stimmigen haarspray gefunden der sowas ersetzt ich würde mir wünschen dass ich da die industrie ein bisschen mehr hinsetzt der haarspray hat eine grandzahl von 152 gramm dann auch ein sonnenschutz produkt was ich auch schon vorgestellt habe es ist okay es ist definitiv okay aber ich habe auch andere aufwärtsgrad und ich bin immer so ein bisschen verleitet produkte zu nehmen die einfache performen als das hier der performt nicht so gut und 78 gramm aber da bin ich dran da zwinge ich mich ein bisschen verwendet gerade regelmäßig dass der hat wirklich leer geht aber es ärgert mich etwa jeden abend aufs neue also der setzt sich erstens ab und bröckelt und bröselt so ein bisschen von der haut runter habe ich schon gesagt 78 gramm so eine sache die ich denke nicht auf brauchen kann weil die schon drüber erstens von also es hat einfach schon zu lange weile auf und es war mir irgendwo auch so ein bisschen klar dass ich dass das zu viel ist eine styling cream sobald die sensorik haptik sobald sich das produkt verändert werde ich wegschmeißen aber es riecht noch gut es teilt sich noch nicht also werde ich noch in den haaren anwenden sobald es anfängt irgendwie anders zu werden muss es gehen weil dann ist abgelaufen abgelaufen ist schon länger sechs monate hätte ich niemals geschafft das ist immer noch ich habe da echt nicht viel verbraucht über meinen dünnen haaren geht das hat einfach nicht so gut ja ich werde das ein bisschen häufiger verwenden weil ich halt einfach hätte meine haare sind das fünfte tag und am fünften tag sind die hat dann schon so ein bisschen trocken außen und und das sind für sie vor allem weil ich halt eben öfters haarausfall hatte pille abgesetzt dann progesteron genommen und so habe ich habe lauter so kurze fetzen auf dem kopf und die stehen mir hat dann schon ab ihr könntest du ein bisschen aber ich sollte auch nicht zu viel auf die kopfhaut bringen weil ich hätte eben schnell fett und das haar die idee war echt gut aber es hat für dünners haare ist echt schwierig und die hat 150 gramm also ich habe echt noch fast voll schade mein larif parfum das habe ich schon beim letzten allerletzten projekten dabei gehabt das versuche ich tatsächlich echt aktiv gerade leer zu machen weil ich eben auch andere perfekte testen möchte das gute daran ist es hat echt nicht so intensiv aber ich mag genug ganz gerne also nachkaufen davon weil ich so definitiv nicht mehr ich habe das dafür auch vorgestellt 233 gramm klar der flakon ziemlich schwer dann haben wir mal und da weiß ich halt echt noch nicht wie ich mit dem umgehen werde das ist noch zu gott sei dank daher ist es noch zwölf monate haltbar ich habe keine ahnung was ich damit mache geschminkt bin ich nicht regelmäßig wahrscheinlich werde ich eher so ein bisschen zum abschminken verwenden mangelöl 196 gramm also das wird auch wieder so eine kleine herausforderung wie damals das rosenwasser ist dann echt auch mega lange gedauert augencreme ich habe man eine richtig schlechte augencreme gekauft und zwar die von altera die tut hat nichts spart euch so ein geld und so ein produkt könnt ihr euch sparen kauft euch lieber wenn ihr so dieses dieses spa erlebnis haben möchte kauft euch lieber eine gescheite die von alberga ist nicht schlecht die in der roten trugel ich habe schon vorgestellt die ist echt gut aber die tut halt nicht tut nichts zumal eben das töpfchen hat immer auch das ist schwierig weil wenn du mit dem finger in so ein produkt reingehst solche produkte kippen viel schneller sie kippen viel schneller 61 gramm also damit bin ich echt nicht warm geworden so altera shampoo das ist echt gut das ist richtig gut sogar und ja natürlich will ich auch brauchen aber ich muss halt echt gerade im moment auf aufpassen weil ich habe einige gerade auf und ich muss ein bisschen gucken dass ich das ein oder andere einfach verbraucher und ich würde es öfters auch zum handy war schon mal verwenden mit meinem handy nicht so austrocknen deshalb 52 gramm dann habe ich das balea shampoo und das mag ich gern das reinigt echt spitzenklasse also das ist echt super gerade wenn du so ein tag hast wo du viel geschwitzt hast und so ein bisschen das gefühl hast du musst da jetzt mal alles im kopf runter waschen fehlt ich auch schon einiges jahr aber einfach platz weg und das hat 40 gramm die alberga körperbutter ist eigentlich bis dato immer mein favorit gewesen und ich nehme die auch zu nehmen die alberga kremen aber ich habe jetzt schon beim letzten mal das problem dass die krimier gekippt was wieder das tapfchen syndrom wenn du mit dem finger in ein produkt reingehst dann ist es halt einfach so nur eigentlich müsstest du es mit starke sparte machen ich habe einfach jetzt einen anderen favorit den werde ich in einem anderen video auch noch vorstellen und da fällt dir immer so ein bisschen hinten runter leer ist sie hat einfach nicht und die muss ich ein bisschen mehr im auge werden 115 gramm so und jetzt haben wir noch ein haus frei von dem ich eigentlich gedacht habe er ist der heilige kral ist aber nicht der hält einfach nicht ja also ich mache mir das sind die haare und ich merke dann schon wo die sind dann schon so ein bisschen verklebt ich habe das jetzt so ein bisschen ein pony drin und gerade im pony brauche ich halt halt also ich habe so eine kürzere strähne und die belästigt nicht die pasta nicht hinters uhr oder dass ich irgendwie mal diesen hier machen kann das habe ich jetzt auch mit einem video gemacht sei aber blöde aus und ich brauche hasbeer hat einfach um ein pony so ein bisschen auf eine seite zu klingen und das kann das produkt einfach nicht der hat 176 gramm kann mir vorstellen dass der entweder sehr schnell leer geht weil er halt einfach den halt nicht hat aber irgendwann hast du auch zu viel von dem zeug in den haaren und dafür war halt echt zu teuer das ist echt schade dass die formulierung hat in meinen haaren nicht funktioniert und so viele produkte ohne mikroplastik gibt es halt echt nicht gibt es nicht auch da ändert sich noch einiges gerade bei den styling produkten falls ihr da irgendwas kennt was irgendwie richtig cool in den haaren funktioniert gerne mal unten in die kommentare weil diesen sprühdinger den werde ich mir auf jeden fall auf behalten weil der sprühe von dem hausbilder ist richtig gut der ist richtig richtig gut also 176 gramm ja das sind mal jetzt ein produkt jetzt möchte ich von dir mindestens fünf haben mache auf jeden fall mit ich mache das ganze jetzt zwei monatlich also ich werde mich das nächste mal im september wieder melden um euch auf dem laufenden zu halten was ich so getan hat vielleicht ist dann das ein oder andere neue produkt im project mpn drin aber schreibt mir jetzt mal unten fünf produkte rein die du mit mir aufbrauchen möchtest denn wichtig ist nicht nur kaufen sondern auch aufbrauchen also nur das zu kaufen was du auch wirklich verwenden funktioniert nicht immer wenn ich meine produkte angucke funktioniert nicht immer aber es ist halt echt wichtig ich merke mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gibt mir gerne einen daumen nach oben und lass auf jeden fall einen kommentar da du weißt ja das unterstützt mich und meinen kanal ich sag danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao